Willkommen im Loppenklötzchen Hangar. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir sprechen heute, wie ihr es im Intro schon gesehen habt, über die legendäre Me 262 bzw. wie ich immer sage, die Me 262, den Sturmvogel oder die Schwalbe. Und natürlich ist grundlegend hier für dieses Video ein Kobi Set und zwar die 5721 aus 2021, 390 Steinchen, eine Minifigur. Und was ich ganz lustig finde, ist, genau zu diesem Flieger, wie er hier abgedruckt ist, mit der 3, gibt es eine schöne Geschichte. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. In den Fakten beim Speed Build erzähle ich euch aber ein bisschen generell zur Me 262. Und Freunde, landet mit mir jetzt hier auf meinem grauen Flughafen, please. Ja Freunde, da liegt das Kobi Set 5721 hier auf meinem grauen Bauchvlies. 390 Steinchen, eine Minifigur im Maßstab 1 zu 32 aus der Historical Collection World War II. Die Messerschmitt Me 262 Anton Strich 1 A. Das erste serienmäßig gebaute Strahlflugzeug der Welt, das im Fronteinsatz geflogen wurde. Schöner Karton, schönes Cover Artwork, typisch das Blau wieder für Kobi Flugzeuge. Schauen wir es uns von oben an. Das typische ScanMe, den Flieger schon mal hier in seiner volleren Pracht. Auf der Seite, da sehen wir auch wieder Play Features mit den Klappen und so weiter und auch nochmal den Flieger in seiner ganzen Pracht. Auf der anderen Seite, da sehen wir den Größenmaßstab bzw. die Größenmaßstäbe und wir sehen, dass wir eine Minifigur wieder haben, hier im Maßstab 1 zu 1. Denn auf so einem Karton muss ja immer eine Minifigur im Maßstab 1 zu 1 drauf, denn sonst hätten wir kein Klemmbaustein Set vor uns liegen. Hier unten haben wir dann wieder, wann das Set gebaut wurde bzw. aus welcher Wave. Wir haben die verschiedenen Sprachen, hier das babilonische Sprachgewirr und wir haben wieder den Löwen, die traurige Zwiebel und Captain Planet. Aber viel wichtiger ist ja hier die Rückseite. Da sehen wir das Flugzeug nochmal auf seinem Stand, typisch für die Kubiflieger. Finde ich ganz gut, weil so kann man auch immer schön das Fahrwerk hier so ausfahren und so eine startende Position darstellen. Finde ich ganz cool, weil gerade bei der Me 262 ist der Start ja so ein bisschen die Problematik gewesen, auch der Landeanflug, aber dazu später mehr in den Fakten. Hier sehen wir auch die technischen Details, bekommt ihr von mir aber auch später im Speed Build. Ihr wisst ja, Speed Build Zeit ist Faktenzeit. Ganz schön eine Minifigur, die auch schön bedrückt ist. Hier den Luftwaffenpiloten Hans-Guidu Mutke. Und wir haben sogar hier ein, zwei, drei historische Bilderchen und nochmal Play Features, wie die Klappen und das Fahrwerk dargestellt. Ja Freunde, jetzt nicht lange schnacken, sondern Karton aufschneiden. Messerchen ist da. Halt, ich muss gucken. So schneiden wir es auf. Ihr wisst ja, die kleineren Kubisets sind alle zugeklebt. Die größeren haben dann so Tesastreifen und ich habe den Karton gerade zerstört, aua, 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 das gefällt mir gar nicht. Ich habe immer meine Probleme hier mit dem Aufschneiden, diesmal auch wieder. Ich habe von einigen von euch schon mal den Tipp gehört, ein Metall-Lineal zu nehmen. Das werde ich wohl beim nächsten Mal auch machen und, oh Freunde, mir tut sowas immer in der Seele weh. Hier der Karton, wenn der aufgerissen wird. Und wir sehen, das Set ist vom 07.09.2021 aus Mielek. Und ihr dürft wie immer als erstes reinschauen und plumpf, da ist der Inhalt. Karton geht an die Seite. Wir haben 13 Tüten. Hier haben wir viel Papier, Schnipsel von dem Karton. Und wir haben eine Anleitung im DIN A4 Format, optisch wieder wie der Karton. Nur wir sehen hier den Flieger fliegend, ohne ausgeklappten Fahrwerk. Ganz wichtig natürlich, Pad Print ist. Die Anleitung ist schön. Wir sehen mittlerweile bei Kobi ja auf den ersten Seiten immer, welche Winkel wir bei den Wedges und Slopes haben. Was gebaut wird, ist farblich. Was schon gebaut wurde, ist farbentzettig. Und Pfeile weisen uns den Weg. Und wir haben solche Anleghilfen. Kennt ihr schon, erzähle ich euch bei jedem Kobi Video. Ja, wir haben halt keine große Bauabschiedstüten. 1, 2, 3, 4 oder sowas. Wir haben also nur einen großen Haufen voll Tüten. Und wir schauen mal, wir sind dann quasi nach 112 Bauschritten fertig mit dem Flieger. Die letzten Seiten sind ja immer die Teileübersicht. Und ein bisschen Werbung sehen wir nämlich hier. Die Demontor, die habe ich euch schon vorgestellt. Die Heikel habe ich euch vorgestellt. Die Me 110 habe ich euch vorgestellt. Die Mosquito und die Cosea, die müssen noch. Die drei Videos findet ihr bei mir oben auf dem i. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, Freunde, anschauen ist so ein Thema. Ihr könnt euch jetzt den Speedbit mit der Faktenzeit auch nochmal extra anhören. Da gibt es ja immer Tolles zu erzählen. Und gerade hier heute bei der Me 162. Ich freue mich jetzt. Ich darf klemmen. Und ihr dürft ein bisschen was über den Flieger erfahren. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über die Messerschmitt Me 262. Im Herbst 1938 erhielt Messerschmitt den Auftrag, ein luftstrahlgetriebenes Jagdflugzeug zu entwickeln. Vorausgegangen waren Entwicklungen bei BMW und Junkers auf dem Gebiet der Luftstrahlturbinen. Das bei Messerschmitt unter der Bezeichnung P1065 laufende Projekt wurde im Juni 1939 abgeschlossen. Am 1. März 1940 konnte von Sachverständigen des Reichsluftfahrtministeriums eine Attrappe besichtigt werden. Was zu einem Auftrag über drei Prototypen mit jeweils zwei der neuen P3302 Strahlturbinen von BMW führte. Beim Reichsluftfahrtministerium erhielt die Version die Nummer 262. Die Arbeiten an dem neuen Jäger und an den Prototypen wurden von der Führung bis hinauf zu Aluf Hitler immer wieder behindert, da die vorhandenen kolbenbetriebenen Maschinen als ausreichend betrachtet wurden. So wurden die drei Zellen der Erprobung im April 1941 fertig. Die Strahlturbinen von BMW waren aber wegen der ablehnenden Haltung des damaligen Generalluftzeugmeisters Udit noch nicht serienreif. Daher wurde die Mi 262 V1 mit einem Jumo 210 G Kolbenmotor ausgestattet, sodass der Erstflug am 18. April 1941 erfolgte. Erst am 25. März 1942 konnten zwei BMW 003 Strahltriebwerke montiert werden. Beim Erstflug mit den Turbinen gab es Schwierigkeiten, da eine beim Flug ausfiel und die Maschine mit dem Kolbenmotor gelandet werden musste. Wobei dies nur mit Mühe gelang. Am 18. Juli 1942 erfolgte der erste reine strahlengetriebene Flug, der Mi 262. Am 1. Oktober 1942 wurde auch die Mi 262 V2 fertig. Am 15. Mai 1943 wurde die Version V4 vom General der Jagdflieger Galant geflogen, der von der Maschine begeistert war. Es folgte die Mi 262 V5, die als erste Maschine mit dem Bugfahrwerk ausgestattet war, was wir auch hier im Modell bauen. Bei allen anderen Versionen vorher gab es ein Spornrad am Heck. Die folgende V6 Version wurde am 26. November 1943 in Instaburg in Ostpreußen Hitler vorgeführt. Dieser zeigte sich weniger beeindruckt und richtete an Messerschmidt die Frage, ob die Mi 262 auch mit Bomben ausgerüstet werden könne. Da zur damaligen Zeit alle Jagdflugzeuge, wenn auch mit fraglichem Erfolg, zu Jagdbombern umgerüstet werden konnten, bejahte Willi Messerschmidt die Frage. Diese Bejahung löste bei Hitler die bekannte Eingebung aus, das ist endlich der Bitzbomber. Allen Eingaben und Protesten zum Trotz befahl Hitler die Serienfertigung des Musters als Bomber, obwohl das Muster durch die Außenaufhängung der Bomben 200 kmh an Geschwindigkeit verlor und somit wieder in den Geschwindigkeitsbereich der alliierten Jäger zurücksack. Bereits am 20. Dezember 1943 flog der General der Kampflieger Oberst Pelz die Mi 262 V6, die Hitler zum Blitzbomber erklärt hatte. Am gleichen Tage wurde die Mi 262 Version 7 fertig, die mit Druckkabine ausgerüstet war. Sie wurde am nächsten Tage von Major Meier, vom Jagdgeschwader 2 und Hauptmann Tierfelder geflogen und für gut befunden. Inzwischen hatte man die Entwicklung der Mi 262 von Augsburg nach Oberammergau verlegt. Dies erwies sich als gute Lösung, da im Rahmen der Big Week den massierten Luftangriffen der 8. US Army Air Force Augsburg und Regensburg mit den dortigen Messerschmitt-Werken schwer beschädigt wurden. Bis April 1944 wurden noch weitere 3 V-Maschinen fertig und gingen in die Erprobung. In Leibheim war im Januar 1944 die Produktion einer Vorserie von 22 Maschinen angelaufen. Die erste dieser Maschinen machte am 19. April 1944 ihren Jungfernflug. Galant erklärte im April 1944, dass ihm eine Mi 262 lieber sei als fünf Mi 109. Oberst Steinhof versuchte im August 1944 anlässlich der Verleihung der Schwerter zum Ritterkreuz Hitler umzustimmen. Hitler wusste es natürlich besser. Er erließ den Führerbefehl. Mit sofortiger Wirkung verbiete ich mir über das Düsenflugzeug Mi 262 in einen anderen Zusammenhang oder einer anderen Zweckbestimmung zu sprechen als den als Schnellst- oder Blitzbomber. Der dicke Göring echote aus Karin Hall seinen Wohnsitz zurück. Jedes Gespräch über das Thema, ob Mi 262 ein Jagdflugzeug ist oder nicht, verbiete ich. Der Reichsmarschall Ende 1944 hatte die Produktion der Mi 262 einen Gesamtausstoß von 568 Maschinen erreicht. Die überwiegende Mehrzahl war als Blitzbomber an die Kampfgeschwader KG 51, Kampfgeschwader 6, KG 27 und dem Kampfgeschwader 54 gegangen. Nur wenige Jagdflugzeuge erhielten Major Novotny für ein Spezialkommando, mit dem er von Achma bei Osnabrück Einsätze gegen die alliierten Bomberströme flog. Trotz der wenigen eingesetzten Mi 262 stiegen die Bomberverluste so an, dass am 1. September 1944 General Spatz, der Oberkommandierende der strategischen Luftstreitkräfte der USA in Europa, nach Washington kabelte, dass die tödlichen deutschen Düsenjäger die alliierten Verluste bei ihren Bombenangriffen in unmittelbarer Zukunft untragbar machen könnten. In der deutschen Strategie änderte sich indessen nichts vor Anfang 1945. Als Erführerbefehl, der Expertenverband JV 44 unter Galland und das Jagdgeschwader 7 unter Steinhoff aufgestellt wurden. Unter der Leitung des Reichsrüstungsministers Speer verließen in den ersten vier Monaten des Jahres 1945 noch 865 Strahljäger das Fließband, durch die der gesamte Ausstoß an Mi 262 die noch beachtliche Zahl von 1433 erreichte. Ein großer Teil dieser Maschinen kam nicht mehr zum Einsatz. Streibstoffmangel führte dazu, dass die gut getarnten, abgestellten Maschinen den Alliierten beim Vormarsch in Mitteldeutschland unbeschädigt in die Hände fielen. Bis auf wenige Beutestücke, die in England und USA nach dem Sieg gezeigt wurden, wurden alle Maschinen verschrottet. Weitere Maschinen wurden auf den Fließband zerstört. Dies ging in Amerika so weit, dass etwa fünf Jahre nach Kriegsende eine kleine Firma in den USA den Auftrag erhielt, nach den erbeuteten Zeichnungen eine Mi 262 neu für die US Army Air Force zu bauen. In der Tschechoslowakei wurden vom Rüstungskonzern Avia nach dem Krieg noch Teile einiger Mi 262 zu Avia S92 bzw. C92 umgebaut. Es waren noch einige Maschinen von Messerschmitts Düsenjäger im Land, da das Jagdgeschwatter 7 in Prag stationiert war. Ja Freunde, das waren die Fakten zur Mi 262, zur Schwalbe, zum Sturmvogel, zu Avia S92 oder S93. Es gibt noch viel mehr Fakten zu erzählen. Vor allen Dingen muss noch erwähnt sein, dass dieses Flugzeug wahrscheinlich mehr Menschen in der Produktion tötete als im eigentlichen Einsatz. Leider wie immer zu Kosten der Zwangsarbeiter und der Gefangenen in den KZs bzw. unterirdischen Rüstungswerken. Das darf nie vergessen werden, wenn man hier über solche Maschinen, über so ein Tötungswerkzeug spricht. Ja Freunde, ich hoffe ihr seid noch nicht eingeschlafen. Es waren sehr lange Fakten. Viel Spaß, aber jetzt beim Review. Ja Freunde, da ist sie auf meinen Bautisch geflattert, die fertige Schwalbe der Sturmvogel, die Mi 262 oder Messerschmitt Mi 262 von Kobi. Ein schönes Flugzeugchen, schaut es euch an, die Flügelform, schön, kein Wunder, warum man Schwalbe sagt. Tolle Formteile, hier kann ich wirklich nicht meckern. Ich finde es gut, dass Kobi hier jetzt so drei große Formteile hat, bzw. sind sie eigentlich mehr, aber die beiden Triebwerke und die Spitze, das gefällt mir einfach. Das macht mehr die Form dieses Flugzeuges aus, bringt sie gut rüber, gebaut glaube ich, wäre das ein bisschen schwierig. Viele Leute schimpfen mir immer bei Kobi, Formteile, Formteile, aber ich mag das, denn so wird einfach nochmal ein bisschen der Charakter so eines Modells herausgehoben. Ein paar Steinchen blieben über, um genau zu sein, eine C-Claim, ein Fahrwerkteilchen und natürlich ein Fernglas, denn der Pilot braucht ja noch ein Fernglas, wenn er abgesprungen ist, damit er weiß, wo er gelandet ist. Eine schwarze kleine Noppe, eine sogenannte Bügelperle und zwei dieser Teile zum Aufnoppen der Bügelperlen. Und ja, die Bügelperlen haben wir hier unten am Stand und das ist so ein bisschen der Schwachpunkt, das geht so leicht ab. Also am Flieger bitte nicht großartig rumruckeln, sonst kann es sein, dass euch der Stand hier abwirft, bei mir zum Beispiel, jetzt fällt er wieder ab. Also müsst ihr aufpassen, nicht so sehr damit rumspielen, auch wenn dieser Flieger natürlich zum Spielen einlädt. Wenn wir gleich mal hier unten sind am Fahrwerk, jetzt fällt es mir auseinander, seht ihr vielleicht auch schon den Schwachpunkt von Kobi Flugzeugen, die sehen von unten immer ein bisschen nackt aus. Ich würde so gerne mal die Flieger einfach unter meinen Dachhimmel hängen, quasi hier in meiner quasi Spitze, ich wohne ja unter dem Dach und da würden die Flieger alle gut runterpassen, aber von unten sehen sie halt immer so nackt aus. Wir haben keine Balkenkreuze und wir haben immer viel Platz, weil a, das Fahrwerk natürlich rein muss und b, weil Kobi da immer spart, also solche Fliesen könnten wir auch da noch gebrauchen. Die Tragfläche ist hier so ein bisschen fragil, also die fällt da leicht auseinander, deswegen wie gesagt kein Spielmodell, wobei ich glaube kaum einer spielt hier wirklich Krieg, würde ich auch nicht gut finden. Ja, das Fahrwerk kann man schön einklappen, das kennen wir schon, hier vorne finde ich es ein bisschen blöd, das Buchfahrwerk muss man so rausfriemeln und dann sieht es auch nicht gerade gut aus. Es sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, Lutscher-Stängel mit, ja, wie so ein schwarzer Lutscher, ihr kennt die roten Lutscher vielleicht nur in schwarz, ja, das gefällt mir nicht. Er steht natürlich ganz gut drauf, aber das hätte man vielleicht ein bisschen hübscher machen können irgendwie. Also, und Rolltest auch ganz gut, mir fällt eh ein, man müsste eigentlich hier noch das Kettenkrad von Kobi daneben stellen, weil dieses Flugzeugchen wurde ja immer auf dem Kettenkrad zu seiner Lande bzw. Startposition geschoben. Also, der Flieger gefällt mir vor allen Dingen auch ganz gut, natürlich wieder hier das Verbandsabzeichen, was ja gebaut bzw. gebaut und bedruckt wurde. Wir haben ja hier wieder gehabt, dass Kobi Steins zusammengesetzt hat, die dann bedruckt hat und dann uns in den Karton hingelegt hat, das finde ich krass und deswegen kann man ruhig den 1 oder 2 Euro mehr bezahlen, das finde ich gut, weil Kobi da wirklich Handarbeit macht und die ja noch Made in Europe. Gut, ja, hier hinten auch schön, das Seitenleitwerk schon bedruckt und natürlich hier auch toll das Querruder. Also ein toller Flieger, richtig gut, den wir hier auf den Stand stellen können. Der Stand erinnert mich immer so ein bisschen, da habe ich fast Vietnam Flashbacks. Die sind natürlich super, diese Stands und möchte ich auch nicht missen, danke Kobi dafür, aber diese schwarzen großen Fliesen, die kann ich nicht mehr sehen seit dem Opel Rekord C. Okay, schaut euch mal das Video an, findet ihr oben in der Ecke auf dem i, das ist so, wenn man fettige Finger hat oder mal Gel in den Haaren hatte, dann weiß man, was ich meine. Man kann die Dinger, glaube ich, gut benutzen, um Fingerabdrücke zu nehmen, also ganz lustig, kleiner Spaß, das ist jetzt an den Haaren dabei gezogen, weil es ist super, dass Kobi diese Dinger hat. Was jetzt noch wichtig ist, ist der Pilot, den möchte ich euch noch zeigen, denn der Pilot hat ja eine lustige Geschichte. Schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Piloten und hier nochmal das Cockpit. Wie bei der Demontor findet ihr auch auf dem i das Video, natürlich mit so einem Atemschlauch, da findet ihr ihn, den wir hier in die Maske stecken können. Aber ich hole es den Piloten noch einmal und dann lege ich euch in die Hand, dann könnt ihr ihn euch angucken. Schön bedruckt, das Gesicht natürlich, der Torso und auch an den Armen, schön bedruckte, tolle Figur. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Geschichte zu ihm und natürlich auch zu der Messerschmitt, die ich hier gebaut habe, denn sie hat ja ein reales Vorbild, steht ja im Deutschen Museum in München. Und wie sie dorthin gekommen ist, das findet ihr halt unten über den Link in der Videobeschreibung, da gibt es halt einen Blogbeitrag. Ja Freunde, ich packe jetzt hier meinen kleinen Sturmflugel und lande gleich wieder hier auf meinen Bautisch und wir schauen uns dann zum Schluss nochmal in meine Pilotenbrille. Äh, ich meine in meine Augen. Ja Freunde, da ist das Video leider schon zu Ende und ich muss mal wirklich sagen, wieder leider, denn ich bin nun mal Kubi-Fan vom ganzen Herzen. Andere Menschen würden sagen, ich bin Kubi-Fanboy und das müsste ich bejahen und dieses Set hat mir richtig Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen ein Formteilgewitter ist, aber es hat trotzdem mehr Teile als die Vorgängerversion, die 5543, die hat nämlich 315 Steinchen, die hat 390 Steinchen und trotz der großen Formteile hier für die Jumo-Triebwerke und auch für die Nase gefällt mir der Flieger richtig gut. Es hat halt einfach diese tolle Schwalbenform, kein Wunder, warum man diesen Flieger auch Schwalbe genannt hat und auch dieses etwas x-beinige Fahrwerk oder o-beinige Fahrwerk kommt ziemlich gut rüber. Die anderen Punkte habe ich euch ja alle eben gerade schon gesagt. Ich habe den Flieger mal hier auf meine kleine Betonplatte gestellt von diesem Lego-Straßensystem, passt ganz gut, denn dieser Flieger ist ja 45 auch teilweise auf Raststätten auf der Reichsautobahn versteckt worden, generell ein paar Jagdflieger. Dieser Flieger hatte ja eh ein bisschen Probleme, was da starten und landen anging, weil er einfach Jagdschutz teilweise brauchte und oft von den Jagdbommern der Alliierten abgeschossen wurde. Könnt ihr alles nachlesen und ich möchte euch auch noch mal ins Herz legen, die Geschichte zu DR3 hier zu dem Flieger habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wirklich eine tolle interessante Geschichte, wo der Pilot, der ja hier auch drauf gestruckt ist, dieser Hans Guido Mutke, seine Erlebnisse schildert, warum er diesen Flieger in der Schweiz hat landen müssen und sich dort ergeben hat. Ja Freunde, ich ergeb mich jetzt auch, ich gebe mich jetzt wirklich hier meiner Kubi-Geschichte hin, meiner Sammelleidenschaft, er kommt jetzt hier trotzdem auf den Stand. Es ist einfach ein toller Flieger, er gefällt mir. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung, auch wenn nicht, egal, schreibt es mir bitte unten in die Kommentarspalte. Ihr wisst, davon lebe ich, dass mein Antrieb führt euch da frei, gebt mir bitte euren Feedback zu meinem Video und vor allen Dingen auch zu diesem Set. In diesem Sinne, liebe Freunde, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar. Vielen Dank. Vielen Dank. – Hattende Appetit. Vielen Dank.